Da waren schon ein paar schöne Dinge dabei und ein namhaftes Fernbusunternehmen hat in der Filiale in München ein tatsächliches, ein Schild aus Glas aufgehangen, ja also verglasst. Da steht drauf, Fernbuskunden warten bitte hier, Internetkunden warten bitte im Internet. Frage ich mich, warum hängt man sowas auf? Fernbuskunden warten bitte hier. Um die Leute zu verarschen. Internetkunden warten bitte im Internet. Ja, aber ganz ehrlich, welche Fernbusgesellschaft gibt es doch? DB und die. Ja, genau, und die, und die halt, ne? Die einen da, das was wir schon simuliert haben, gespielt haben. Ja, der Simulator ist genauso sinnvoll wie das Schild, ne? Oh, aber schick hier. Oh, Carsten, das ist aber ganz schön, du liegst. Carsten! Carsten, du liegst. Wo seid ihr denn? Oh, Josch. Was war denn da los? Oh, Josch. Ah, was war denn da los? Ah, ähm. Gut angehalten, ich wollte kurz, tolle Carsten. Hallo, Josch. Aber das zieht echt voll geil, das Getriebe, aber hollala. Ja, ja, das Alicen, das zieht gut in den unteren, aber oben nicht. Oben nicht mehr. Baut man noch im oberen Drehzahlbereich noch ein paar Gänge ein. 20. So, die fein abgestuft sind irgendwie, oder nicht. Carsten, machen wir hier Wettrennen durch die Fahrschranke, oder was? Das nennt sich Mautstelle, ist keine Frage. Ich hab dich doch gar nicht berührt. Nein, mein LKW wackelt so aus Spaß. Also, bei mir hat nicht Peng gemacht. Ja, aber bei mir hat Wackel gemacht. Bei mir hat aber nicht Peng gemacht. Bei mir aber Wackel, wir müssen jetzt abfahren. Ist gelogen. Ach, nicht nach Nice geradeaus? Nein, nach Nice nicht, nach Marseille. Das sieht bestimmt nice aus. Haben wir ja schon mal gebracht, oder? Weiß ich nicht. Der ist schon alt. Boah, Carsten, spiel mir nicht mit deinen Blinkern da rum. Was anderes hab ich gerade nicht. Du kannst Mario umwerfen. Heute ist übrigens noch keiner umgefallen. Ich bin nur beinahe zweimal. Das stimmt, der Carsten. Aus eigenem Verschulden. Warte mal, war das jetzt ein HH? Nee. Das war jetzt ein HH. Nein, das war kein HH. Doch, abfahren. Nein. Meia, Josch! Nein, du musst nicht abfahren. Doch, abfahren. Nein. Doch. Wieso sagt denn meine Karte nicht abfahren? Weil du das falsch eingestellt hast. Du musst nur Joschs Ziel markiert. Ja, du musst auch Julians Ziel markiert. Ja, Julian hat auch ein Ziel. Eine Back-Defrau sieht aber irgendwie aus. Das sieht aber cool aus hier. Moment. Aber Carsten, Hügel da links. Ja, den hab ich jetzt nicht... Angestrahlt vom vollen Pferde. Der sah voll kacke aus. Wartet ihr? Ich meinte jetzt die Straßen. Wart, warten? Ja. Ja, ich wende gerade. Soll man zwar nicht, aber... Heute... Du Arschgesicht! Wir warten kurz. Wir wollten warten, oder nicht? Ja, und ich wollte bremsen. Ich brauch noch ein bisschen Auslauf. Ich bin schwer. Ich hab explosive Flüssigkeiten. Ja, das kommt davon, weil wegen... Was hast du gerade noch gesagt? Also eben, was hast du gesagt? Was für Explosive bist du da? Ich hab gesagt, dass ich den Carsten sehr nett finde. Ach nee, genau. Du hast dich kaputt gelacht, dass ich... Nein. ... als einziger mich umgekippt habe. Nein, ich hab gesagt, dass ich dich sehr nett finde. Nein, du hast dich darüber kaputt gelacht. Weil sehr nett ist immer, ich weiß es nicht. Ähm, wie weit abfahren? Die Abfahrt ganz nach rechts? Oder die da so... Carsten, könntest du das bitte lassen? Guck mal kurz, ob ich da... Kriegst du Angst? Kriegst du Angst? Nee, ich kipp da nicht im Stand rum. Doch, kann auch passieren. Da stehen dann wir, wir können fahren. Ja, würd ich gerne, ja. Ja, fahr doch. Ja, Julian, fahr doch mal. Fahr doch einfach. Der Carsten ist doof gerade. Nein, du fahr doch einfach jetzt. Jetzt fahr mir nicht rein. Nee. Ach, du hörst mich. Du, ja, da bin ich. Geh da weg. Geh du halt weg. Aber ich war doch da als Erster. Aber ich muss jetzt hier abliefern. Ja, du hast gleich nichts mehr zum Abliefern. Bumm. Du Aschgeige. Guck mal. Juhuhuhu. Ah. Nein, nein. Ja, ich krieg's aber von allen Seiten. Komm, ey. Ein Läufer frei. Ja, komm. Ich hör auf. Ah, da ist ja schon wieder ne Tank... Ey, so viele Tankstellen in Frankreich. Ja, die haben unsere Videos geschaut. Ja, wahrscheinlich. Ja, ich krieg's auch gar nicht. Ja, aber... Da steht Lamede auf dem Schild. Wart? Kacke? Lamede. Oder so. Lamede. Nee, das ist der Ort, wo du deine Merde deponieren kannst. Deponieren. Im Deponieren. Ja, das macht sogar mehr Sinn, als man auf dem ersten Punkt... So, Josh, ich komme. Ist jetzt die Frage, heißen die dann auch Merdana, oder? Hinter mir, vor mir, gilt nicht. Ich komme. Ich hab jetzt gedacht, ich bin so intelligent über die Kurve gefahren, aber der Carsten ist halt ein bisschen... ...klammer in der Beschleunigung. Du siehst mich auch nicht. Doch, nein, ich sieh dich nicht. Kultspiel im Leichenhaus, Eckstein, Eckstein, wieder muss verreckt sein. Oh, ich bin doch dunkel, du kannst mich gar nicht sehen. Ich bin doch dunkel. Du bist ein kleiner kleiner Punkt. Ach ja, stimmt. Du müsstest Josch dazu bringen, sein Navi abzuschalten und dann... Ja, schalt doch mal dein Navi ab. Jetzt nimmt er auch die Abkürzung. Du hast ein Büh. Hat der BÜB denn den BÜB gesichert? Nee, hat er nicht. Also, cool hier, ne? Oh, da ist das ein Ding. Ah! Das war das denn, ne Zone. Ne Zone. Oh, da ist Stopp. Ah! Also, was schön hier, ne? Ist wie in Amerika. Ja, nichts geht mehr. Die Dinger, ne, oder? Die Dinger? Hier, diese Raffinerien, die die da. Ist da raffiniert. Raffiniert, ja. Ja, oder nicht? Ist doch wie beim ATS. Ja, das sind die Firmen, weil da hab ich mich auch abgeholt. Nur den kleinen. Nur den kleinen. Nur den kleinen. Nur den kleinen. So, ich fahr jetzt mal ein bisschen hier Rallye. Mal gucken, wie gut ich bin. Kann ich... Bleib, bleib meinen Auflieger, ich darf mich jetzt kurz abkürzen. Ja, bleib da. Nee, nicht zu weit weg. Also, nein, das ist einfach rum. Ich hab das letztens gemacht. Und... Ich fand das lustig. Na, Julian, brauchst du auch eine Werkstatt. Nee, irgendwie hat der den nicht beendet, den... den da halt. Hoi, hoi. Julian, lass doch mal die Videogröße in die Größe, Größe. Ja, ist gut, ne? Ach, guck mal, mein Motor war tatsächlich raus. Guck mal, klappt sogar richtig gut hier. Wir sollten mal Rallye fahren. Carsten! Was ist denn? Der 24 Stunden von ihm lebt. Irgendwie habe ich eine Motorfehlfunktion. Ach, Quatsch. Habe ich jetzt auch. Wegen hier. Hi, Josh. Hi, Josh. Da muss ich einfach immer nur schnell fahren, Julian. Dann ist das gerade Thema. Oh, das... Ist beim Abliefern ein bisschen schwer. Doch, muss er in... Hi, äh... Oh, 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 oh. Nicht, oh. Let's play, wir müssen alle gleichzeitig abliefern. Ich glaube, ich stehe ein bisschen komisch, kann das sein? Was piept überall. Und es donnert. Cool, ich bin gerade in dem Anhänger drin. Ja, war ich auch. Eigentlich ganz coole Firma hier. Die haben die Texturen von innen vergessen. Du, in der Regel fährt man da auch nicht rein, ne? Das ist von der Rückseite von einem Haus. Ja, stimmt. Wo man lang fährt, ne? Wo man lang fährt, so zufällig irgendwie, also... Eine Werkstatt wäre mal gut hier. Aber ich meine, wer so viele in der, das kann man auch mal vergessen. Also, das... Ja, wenn man so viel zu tun hat und, äh, zwei Add-Ods gleichzeitig baut. Wir finden das schon gut, Carsten. Ach, die nächste Werkstatt ist da, wo Carsten jetzt hin muss. Ich finde das auch gut. Keine Sauer. Ich bleib jetzt hier stehen. Genau hier. Ich finde das genauso gut wie ihr. Ich finde das genauso gut wie ihr. Also, Carsten, jetzt, jetzt geben wir's dem, jetzt geben wir's der französischen Staatsbahn von beiden Seiten. So. Warte mal. Ja, Carsten, wenn... Ja, genau, wir machen... Hier, Bahnübergang gesperrt, ne, Carsten? Ja. Hier geht nix mehr. Nix mehr, nix geht mehr. Ich hab gerade mal ganz kurz ausgerechnet, wir dürfen den Zuschauern so in 20 Minuten zum frohen neuen Jahr gratulieren, so 10 Minuten. Ey, ich hab's da ausgerechnet. Oh, cool, gut, oder? Ja, ja. Oh, ist nice. Noch Milch? Oh, gleich, ja. Warte, warte, warte. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, heute Abend wird erstmal Milch konsumiert. Guten Rutsch ins neue Jahr. Ne? Ne? Erstmal Milch konsumiert heute Abend. Guten Glitch, ne? Ne? Ja. Der mit Zimmerstelle flutscht. Dafür brauchst du Milch? Weil vielleicht... Nein, weil heute Silvester ist. Ja, ja, ich weiß. Nein, ich hab keine Motorfehlfunktion. Damit die Raketen schön schief fliegen auch. War das jetzt eigentlich ein Regen hier seit 5 Folgen? Mario, wir dürfen nur 60 fahren und du fährst 10. Motorfehlfunktion, du Pissflinte. Krieg doch mal deinen Scheiß... Krieg doch mal deinen Scheiß-Motor wieder flott, du Kackstelze. Ich geb mir Mühe. Wie redet ihr denn miteinander, ihr Idioten? Ich bin mir so freundlich. Julian! Wie redet ihr miteinander, ihr Idioten? Wie er geschrien hat. Wie so ein Rocker. Hells Angel. Ja, es wird Zeit, dass wir fertig werden. Julian? Mario. Moment, ich kauere noch. Du kaust euch halt nicht noch drauf rum. Aber mit dieser Rockerstimme, die du gerade imitiert hast, könntest du mal einen Loop von Ossi Osborn machen. Die Höhe... Die Höhe... Du bist so ein Arsch, Alter. Ich schwöre, du bist so ein Arsch. Ich schwöre. Ich schwöre, Alter. Ich schwöre auf Döner, ey. Jetzt ist er wieder da, der Hahn. Ich bin jetzt Carstens haferliche Französik. Julian, lass es sein. Ach, Mann. Mann. Eigentlich will ich das gar nicht lustig finden, aber es ist leider lustig. Hey, Carsten. Du bist nicht abfallen. Nein, bin ich gar nicht. Ich will das einfach so Carstens Haaren auf Französisch sagen. Mir fällt jetzt gerade so das Wort mit vier Buchstaben ein, aber das sage ich nicht. Hä? D-O-O-S? Nö, nein. Ars? Nein. Nein, nein. Ars? Ars? Nein. Nein, nein. Ars ist es dann nicht. Wir müssen also abfahren, ne? Jaja, sind wir schon lange. Jaja, ist mir klar. Ah, schön. Ja, war gut. Mir fällt das Wort mit vier Buchstaben ein. Arsch hat aber fünf Buchstaben. Ja, ich meine aber eins mit vier. Ja, der tut uns ja voll eng. Ja, gar nicht Schamstrahl. Ja, hab ich auch gar gesehen. Mit der voll rechts und links gegen die Wand und so. Boing, boing. Vollgesmash, ey. Was ist denn das Wort mit vier? Azzi! Aaaah. Ja. Ich dachte, fuck. Ich hab das Gefühl, ich versch... What the fuck? Da hab das Gefühl, ich versch... Marseille, enter into the city. Ich versuch mal mal... Yay. Und ich bin nicht das erste Mal, sondern ich war hier schon. Seid ihr durch einen Tunnel gefahren? Nee, ne? Ja, ja. Ah, ja, gut. Ja, guckt bei mir jetzt die Videos exklusiv. Da sind ja sogar Marseille bei Tag. Ohne Regen. Ohne Regen, genau. Ah, hoho. Ich kann aber jetzt hier nicht so schnell fahren. Doch, Carsten, fahr doch mal so schnell, wie ich gerade. Aha. Oh, hoho. Da kommt ne Kurve, ne? Oh, ho, ho. Oh, das ist ein Palm. Palmar? Der hat das bis zum Wort gesagt. Ja, aber wir sind ja hier Mittelmeer, ne? Also, Wortspiele mit Palmar finde ich aber nicht gut, ey. Hier gibt es im Übrigen auch... Oh, ich hab Licht auf. Ey, äh... Hier gibt es übrigens auch einen Yachthafen. Ich glaub, das sei hier. Gewisse Produkte nicht dem Qualitätsstandard entsprechen, darf ich ja trotzdem die reale Insel nicht sehen. Ja, Moment. Doch, Palmar, ja, weil das Produkt heißt ja nur Mallorca. Nein, das heißt Palmar. Echt? Nein, 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 nein. Das stimmt so nicht. Eigentlich heißt das Add-on Mallorca. Ja, ne? Eigentlich heißt das... Aber... Add-on Palmar de. Ne. Nein. Add-on Mallorca. Mallorca. Ich hab's heute noch bei Twitter gelesen. Add-on Mallorca. Aber das Pressematerial heißt Palmar de Mallorca. Ja, dann ist da aber irgendwo ein Fehler, weil... Ja, dann hat er... Das ganze Add-on ist ein Fehler. Dann hat da jemand beim Pressematerial aber Schiete gebaut. Ich darf das. Ich hab das nicht. Genau. Wenn er kapiert, dann wird das Logo raus, deswegen. Ja, und das steht einfach nur Mallorca. Ja. Das Add-on heißt... Wird auch als Add-on Mallorca angepriesen. Angepriesen, ja. Da heißt es in der Stimme. Aber das Interessante ist... Ja, Mallorca. Mallorca. Wo ist denn hier die Garage? Ich würd gern die Garage kaufen. Le Garage. Irgendwo. Aber wir fahren jetzt Richtung Hafen. Das ist cool. Am Hafen ist cool. Da war ich schon. Da war ich schon. Spoiler! Na, wenigstens mal ein Teil, den der Carsten nicht freifahren muss. Ja. Doch, da hat er noch nicht alles. Doch, haben Steindlinien gelegt. Wer hat die da hingelegt? Steindlinien? Ja, guck mal, wir müssen da mal rechts. Wie viele Lien hat das denn, der Stein? Ja, jede kostet nur 1 Euro. Ach stimmt, da ist noch eine Fehlfunktion. Die habe ich noch nicht freigeschaltet. Ja, die finde ich noch mal eben. Ich habe eine Motorfehlfunktion. Du hast noch eine ganz andere Fehlfunktion. Deine Mama hat eine Fehlfunktion. Nein. In ihrer Fernbedienung. Hä? Vielen Vibratoren kriege ich. Äh, 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 dunkel und so. Ach, guck mal, ich sag Vibratoren, der Motor springt wieder an. Sollte ich mir merken. Losungsmor. Das Lenkrad macht auch mal so schöne, äh... So, hier, ich muss noch in die Marina eben einbiegen. Was? In die Marina? Das ist eine hier vom Hafen, die man da günstig irgendwie... Ey, das ist ja geil. Ach nee, kann man gar nicht... Oh, schade. Ich dachte, da kann man runterfahren. Oh, krass, das finde ich jetzt aber auch schade. Was? Runterfahren? Du musst ja erstmal ankommen, bevor du den PC herunterfährst. Ein Werkstatt. Bede, bede, bede. Mach doch mal auf schwierig, ne? Echt? Ja, mach du das mal auf schwierig, du. Ja, ihr könnt währenddessen die Hamelkarte kaufen. Toller Typ, du. Du, du hammergeiler Typ. Ach, scheiße, die Garage ist ja ganz woanders. Ja. Ach, Julian, die Garage ist ganz woanders. Aber das ist echt schwierig hier. Aber wir treffen uns an der Werkstatt, oder? Ja, hier bei mir. Wenn ich dann übermorgen mal meine Facht hier eingeladen bekommen habe, bei der Punkt, die asozial ist. Also der Punkt ist echt asozial gemacht. Ich will ja nicht sagen, aber der Julian ist schon hier an der Werkstatt. Echt? Und der Carsten auch. Ja, einfach zurückgesetzt. Nein, ich bin da hingefahren. Nein, ich bin da auch hingefahren. Hast du das nicht gesehen? Nein, nein, ich habe das nicht gehört. War das ja, war der noch an Bord ist. So, jetzt werde ich erst mal hier wieder Marseille freifahren. Oh, ist doch kacke. Nee. Hey, Marseille ist kackt, wix. Kacke stinkt, ey. Ich suchte dir auch das Schwierigste da raus. Ja, warum suchst du dir auch das Schwierigste da raus, ey? Fahr doch, fahr doch nochmal zum Anfangspunkt und ändert nochmal. Aber guck mal, hier ist auch wieder ein Busbahnhof. Gibt ja auch gleich Busbahnhof. Ja, hier ist ein Busbahnhof. Eure Coach-Simulator. Ein Zopp. Hier, kann sich jemand, der Karten wie Mallorca baut, mal so einen Zopp klauen oder so? Anschauen. Oder anschauen. Anschauen und verändert verwenden, so. Nee, aber Marios Problem ist, das sähe dann ja halbwegs gut aus. Achso. Ah ja, hier, die habe ich aber schon. Die habe ich doch schon, warum fahr ich dir hinterher, ey? Ich war ja noch nicht hier. Ja, ich aber, ich habe die ja schon gekauft. Das sieht dann halbwegs gut aus. Das passt doch ja nicht. Hi, Jo. Oh, 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 oh. Von außen wird das aber. Oh, oh, oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja, gleich fast drin. Fast drin. Ui, ui, ah. Wenn der Josch gleich drin ist, dann sagt er, oh. Ach, guck mal, hier kann man ja auch auf der anderen Seite wieder rausfahren. Hey, wenn du toll bist, macht's gleich. Ich bin aber traurig. Beim Josch. Macht's das. Ja, schön. Wäre traurig, wenn's nicht. So, also, Marseille-Innenstadt habe ich jetzt freigeschaltet. Nee, weil du so sagtest, gleich drin. Schill. Gleich drin. Und, ja. Also, wo sind wir die Werkstatt? Lass dich zurückwissen. Doch, in voll weinen. Ja, gut, dann. Ich brauche noch gar keine Folgezeit mehr aufklappern, von dem her passt das. Ich bin schon, bin schon ein kurzes Stück gefahren und bin schon wieder kaputt. Das ist unglaublich. Ja, weil du unfähig bist. Das war F7 und ich 7, da war ja was. Nicht nett. Nee, bin ich auch. Nicht nett. Ist nicht nett, Julian. Na, der Mario verträgt's. Ja, das stimmt. Ist nicht nett, Julian. Ja, ich hört es auf zu regnen. Der Mario weiß ja, dass das nur Spaß macht. Richtig. Ist aber nicht nett, Julian. Ach. Ja, Julian ist ja auch die kleine Schwester von Scheiße. Nicht nett. Doch, nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Nicht nett, denn dann bin ich einfach nur ich. Ja, du bist die Zwilling-Schwester. Du bist nie nett. Ach, guck mal, das ist ja auch. Das geht mir nicht mehr so, ja. Ich bin auch noch dieses Kackelpeng von 9.2 Cent Kackelpeng. Ich bin auch so wie die Zeltas für 6 Euro. Das ist irgendwie... 6,50 Euro. Ja, ich komm da nicht drüber hinweg irgendwie. Das ist so, vor allem, das ist dann, wenn Wasser teurer ist als Milch. Ja. Weiß nicht, ich finde das irgendwie traurig. Ich verstehe das auch irgendwie nicht. Das ist genauso wie von Aquam und Coca-Cola. Das ist genauso die gleiche Abzahnung. Bei mir regnet es ja auch. Willkommen im Fluch. Der Mario, der wischt die trockene Scheibe. Boah. So, Mario kommen. Der Mario steht doof. Ach, der fährt ja noch. Ach, Mario. Wieso? Alle sind angekommen, außer Mario. So. Wir sind da. Ich glaube, ist heute nicht schon der Erste. So, dann sind wir ja da, ne? Wer hat denn da den Rückwärtsgang noch drin, ne? Der Josh? Nee. Oh. Gar keiner, ich hör nichts. So leise. Ich hör's noch piepen. Ich hör nichts piepen. Ich hab D1 drin, ich hab gerade noch mal geguckt. Ich hör gar nichts piepen, mir ist so schön leise alles. Ich hör's aber auch piepen. Ja, ich hör's auch piepen. Ja, ihr habt, ihr habt einen Tinnitus, habt ihr. Ja, Tinnitus, der piept aber nicht so. Jawohl. Also, ich bin's nicht. Ich bin's auch nicht. Jetzt bin ich's. Was macht ihr denn da jetzt? Josh, schalt mal Eingang vor. Ja, bitte. Das ist Josh. Ich bin im D1. Du piepst. D1. Carsten, dann schalt du mal Eingang vor. Carsten piept. Ich piepe nicht. Da steht bei mir ein Video, alle auf meinen Channel gucken, da steht D1. Also, ich habe hier nichts an. Jetzt habe ich was an. Ja, fahr mal vor, bitte. Aber auch, wenn der Motor auslacht. Aha. So ein Dreck ist. So ein Dreck ist der Kerl. Carsten, du hattest den Rückwärtsgang drin. Aber was hat den Mario-Bild bitte für ne Funzel? Ja, es war schön, dass wir jetzt alle wieder dabei waren und so. Beim nächsten Mal ist der James auch hoffentlich wieder am Start hier. Nee, die ist oben drauf, so ne... Mit Ultra-Einstellungen. Hattest du das bitte für eins Funzel? Für Space heißt die. Ja. Nee, vier Funzels. Drei Funzels. Ja. Drei Funzels? Vier. Vier Lampen, die blinken. Funzels. Das fand ich so heftig. Das sind voll die Funzels sind dort. War so impressive. Voll geil. Die drehen sich. So, wir sind jetzt fertig. Ja. Fertig mit Rennig. Gut. Dann wünsche ich allen einen schönen, angenehmen Abend. Wir hoffen, ihr hattet schöne Weihnachten und seid gut ins neue Jahr hereingekommen. Gekommen fällt ihm schon schwer, merkt man, ne? Gekommen, ja. Er hat gekommen gesagt. Reingerutscht. Reingerutscht, Blutgrätsche. Muha. Ohne Rotte werden. Ohne Rotte werden. Eine Woche Rot wegen Blutgrätsche. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss